Die virtuelle PH präsentiert die dritte Online-Tagung Hochschule Digital Innovativ Hashtag DigiPH3. Die Online-Tagung Hochschule Digital Innovativ Hashtag DigiPH3 geht vom 9. März bis 5. April 2020 in die dritte Runde. Unsere Online-Tagung bietet Einblick in den digital unterstützten Berufsalltag von Hochschullehrenden und das auch über die Landesgrenzen hinaus. Damit das gesammelte Wissen nicht verloren geht, entsteht ein interaktiver Tagungsband mit vertiefenden Beiträgen. Egal ob auf der Couch, im Arbeitszimmer oder auf dem Balkon, mehr als 1814 Lehrende haben sich bereits bei den letzten zwei DigiPH-Tagungen fortgebildet. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, auch als Referentin oder Referent. Unser Call um Einreichungen folgt am 23.10.2019 auf allen Kanälen. Also bleiben Sie informiert.